Musik Die Schüler des Gymnasiums Magne-Kirchen haben heute die Gelegenheit genutzt, die Firma Warwick zu besuchen. Und wir machen das im Rahmen des Unterrichts, denn wir beschäftigen uns zur Zeit mit der Rock- und Popmusik. Und was liegt näher, als einmal in die Firma hineinzuschauen, wo solche Instrumente hergestellt werden. Die Vorträge, die die Schüler gehalten haben, unter anderem über Metallica, legen es uns natürlich nahe, dass wir uns hier auch die Instrumente genauer anschauen. Und das haben wir heute getan. Wir haben einen sehr guten Einblick bekommen. Und auch Schüler, die sich nicht so sehr mit den Musikinstrumenten auskennen oder auch mit ihnen beschäftigen, haben den Rundgang, glaube ich, genossen. Es war mal ein ganz anderer Unterricht und das war eine sehr schöne Sache für unsere Schüler, auch für mich. Und ich denke, das war auch in den künftigen Jahren in der Klassenstufe 8, dass wir gerne dieses Angebot wieder annehmen werden und hier wieder die Firma besuchen und natürlich auch weiterempfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020